Was geht ab, Ladies und Gentlemen? Ich hoffe, euch allen geht's super. Willkommen zu einem weiteren Video bei Modern Gent. Ich habe eine Frage an dich. Warst du schon mal shoppen und wolltest dir einfach mal so neue Hemden kaufen, aber du wusstest jetzt nicht wirklich, okay, worauf achte ich eigentlich, wenn ich mir so ein Hemd kaufe, damit ich mir auch zu 100% sicher bin, das passt mir. Ich bekomme auf Instagram ab und an so immer die Frage gestellt, Okan, worauf achtest du, wenn du dir Hemden kaufen gehst, wenn du in so einen Laden gehst und dir ein neues Hemd kaufen möchtest, sei es für 20, sei es für 40 oder sei es auch für 100 Euro, Worauf achtest du so, denn grundsätzlich passen dir deine Hemden sehr gut vom Schnitt, vom Fit, von der Länge her etc. Und da möchte ich so meine Tipps mit euch teilen, denn wenn ich zum Beispiel shoppen gehe, habe ich so meine Tipps und Tricks, wo ich mir dann zu 100% sicher bin, okay, das Hemd, das passt mir. So wie in diesem Fall zum Beispiel und für mich persönlich ist der Fit einfach nur essentiell. Ich kaufe nichts, was mir nicht zu 100% passt. Der Fit ist einfach nur wichtig, essentiell. Das muss passen, das ist das Erste, worauf ich achte, ja. Fit, dann die Farbe, die Struktur, was auch immer und dann zum Schluss die Funktionalität. Aber Fit Nummer 1 für immer und ewig. Und wenn es überhaupt so um Business-Looks geht, ja, wo dein Hemd etwas slim ist, enger anliegt etc., da muss deine Kleidung definitiv passen. Ansonsten tust du dir wirklich schwer, ruhig zu atmen, ja. Das ist einfach eng, es zieht, es drückt, es tut weh. Und das ist natürlich sehr, sehr unangenehm, überhaupt wenn man so sieben, acht Stunden im Office sitzt. Oder wenn man sich einfach schön kleiden möchte und rausgeht, das stört einen. Und mir persönlich liegt sehr viel daran, dass du fresh aussiehst, egal wo du hingehst, ja. Dass du einfach ein fresher Gentleman bist, wo die Leute dir zehnmal hinterher gucken. Deshalb starten wir gleich los. Apropos Fit. Wir fangen mal gleich mit dem Fit an. Und ich zeige dir mal diesen Übergang hier, ja, zu den Armen. Hier ist es wichtig, dass das so ein bisschen schief anliegt. Wirklich genau da, wo Arm und Oberkörper sich wirklich zusammentreffen. Dass es nicht gerade ist, dass es auch nicht zu sehr nach rechts geht. Dass es wirklich so ganz, ganz leicht schief angelegt ist. Das bedeutet einfach, dass du hier genügend Platz hast, wenn du dich bewegst. Und deshalb ist es mal wichtig, dass dieser Part hier passt. Als nächstes, wenn es um Silhouetten geht. Ich erwähne das wirklich sehr, sehr oft. Aber wie du sehen kannst, ich persönlich liebe es einfach, wenn ich eine sehr, sehr leichte Silhouette habe. Das heißt, hier beim Rücken soll es ein bisschen reingehen. Das haben so grundsätzlich die Slim Fit Hemden. Skinny Fit empfehle ich nicht. Das ist einfach zu eng. Deshalb Silhouette ja, aber zu eng. Nein, hier siehst du auch eine leichte Silhouette. Und das sind so von Grund auf zwei sehr wichtige Faktoren für mich. Wenn ich mir das Hemd mal anziehe, dann gucke ich mal, okay, habe ich eine Silhouette und passt das hier. Und danach geht es auf jeden Fall weiter. Alles klar. Also wenn ich mal so im Shop bin, ja, mir gefällt ein Hemd wirklich sehr. Dann nehme ich das mal so mit, gehe in die Garderobe und sobald ich mir das angezogen habe, gehe ich mal so mit den Armen rauf. Und wie du sehen kannst, hier darf auf jeden Fall kein Stück Haut raussehen. Das Hemd sollte definitiv unterhalb der Hose liegen, auch wenn du oben mit den Händen bist. Wieso? Weil wenn du dir dann mal das Hemd unter die Hose einsteckst, wird es definitiv wieder rauskommen und das sieht einfach nur grauslich aus. Deshalb muss hier mal so, ich würde mal sagen, so 15 bis 20 Zentimeter auf jeden Fall platt sein, ja, was einfach unterhalb der Hose liegt, damit du dich dann schön bewegen kannst, damit das nicht ständig rauskommt. Damit du hier nicht so einen Muffin-Look hast. Das sieht einfach nur grauslich aus. Deshalb, sobald du dir mal dein Hemd angezogen hast, das heißt, okay, die Länge ist mal perfekt. Der beste Trick, damit du überhaupt mal feststellen kannst, ob dein Hemd hier zu eng liegt, ist einfach, indem du dich hinsetzt und mal guckst, okay, wie sieht es aus. Guck dir Haut raus, guck dir meinen Bauch raus. Überhaupt hier so im Brustbereich ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass du genügend Platz hast. Denn ich zum Beispiel, ich traine hier sehr viel. Das heißt, meine Brustmuskulatur ist ein bisschen ausgeprägt. Und wenn ich mich hier nicht bewegen kann, das ist unglaublich nervig. Wenn ich zum Beispiel unterwegs bin, sehe ich wirklich sehr viele Leute, die zu enge Hemden anhaben. Denn ich weiß, es sieht zwar gut aus, wenn es ein bisschen slim anliegt, ja, ein bisschen enger, aber du solltest dich auf jeden Fall bewegen können. Das ist unglaublich wichtig. Deshalb setze ich mich mal so hin und schaue einfach mal, okay, habe ich hier genügend Platz, auch wenn ich mich hinsetze, ja. Wenn dein Hemd so wie hier zum Beispiel schön anliegt, dann weißt du, okay, von der Breite passt mir das Hemd auf jeden Fall auch. Und das könnte auch schon mal so ein Grund sein, dass ich mir das Hemd nochmal kaufe. Der nächste Trick. So, ich mache mir mal mein Hemd hier so zu. Danach nehme ich mal so zwei Finger und fahre mal hier so rein. Diese zwei Finger sollten problemlos hier reinpassen. Und du solltest es so ein bisschen bewegen können, ja. Das sollte alles überhaupt kein Problem sein. Wenn du siehst, okay, hier könnten definitiv so vier, fünf Finger reinpassen, dann ist dein Hemd grundsätzlich zu groß. Und wenn da mal überhaupt kein Finger reinpasst, ja, wenn es zu eng ist, dann ist dir dein Hemd definitiv zu eng und dann kauf es auf jeden Fall nicht. Denn alles, was einfach zu eng anliegt, das stört, das nervt, das ist einfach nur so. Es kratzt und es drückt. Deshalb solltest du dir sicher sein, dass du ein wenig Platz hast und dich so ein bisschen bewegen kannst. Sollte jetzt aber auch natürlich nicht zu viel sein. Wie sieht es mit der Länge aus? Armlänge. Wie sieht es da aus? Haben wir da Tricks? Auf jeden Fall. Wir haben da auch Tricks. Ich mache das mal so auf. Siehst du diesen Knochen hier? Dein Hemd sollte definitiv nicht über diesen Knochen liegen. Ansonsten ist es zu weit. Und ich weiß einfach, okay, das ist so ein weiterer Grund, dass ich mir das Hemd kaufen kann. Und es spricht einfach nur nichts dagegen. Ich zeige dir mal den Unterschied hier so von der Länge. Also wenn ich hier eine Uhr an hätte, dann wäre das von der Länge perfekt, sobald ich mit dem Arm so ein bisschen hoch fahre. Aber ja, wie gesagt, die Länge passt. Ich kann mir das Hemd kaufen. Wie sieht es mit dem Rücken aus? Da haben wir natürlich auch einen Trick, indem du einfach deine Arme wieder mal ausstreckst und guckst, okay. Erstens, guckst du mal, kann ich meine Arme problemlos ausstrecken, sodass es hier nicht komplett zerreißt. Ja, das ist mal das Erste. Zweitens, wenn ich zurückgehe, habe ich hier so plötzlich eine Anhäufung von Stoff. Wenn nicht, dann passt es auch. Sieht auf jeden Fall mal gut aus. So, jetzt kommen wir natürlich zum besten Teil. Ja, diesbezüglich bekomme ich auch die meisten Anfragen. Wir stecken mal unser Hemd ein. So, jetzt prüfen wir mal zwei Sachen. Erstens mal die Länge, zweitens mal wie angenehm das Hemd hier ist. So, und zwar, wir gehen einfach mal so hoch mit den Armen und lassen sie einfach mal fallen und sehen, okay, habe ich hier wieder zu viel Stoff? Dann weiß ich, okay, mein Hemd ist zu lang. Wenn mein Hemd hier komplett rausgucken würde, dann weiß ich, okay, mein Hemd war definitiv zu kurz. Und habe ich hier genügend Platz, sobald ich hochgehe? Und wir sehen, wir haben hier genügend Platz. Es stört nicht, es ist nicht zu eng, es ist aber auch nicht zu breit. Und nach diesen Tricks weiß ich einfach, mein Hemd, das ich mir kaufen möchte, passt mir zu 100%. Ich werde darin sehr gut aussehen. Und ja, das waren so sehr einfache Tipps, wie dir dein Hemd so gut wie möglich passen kann. Natürlich ist es auch sehr, sehr wichtig, dass die Körperstruktur etc. passt. Ich persönlich, ich erwähne es wieder, ich habe mal so 14 bis 15 Kilo abnehmen müssen, ja, damit ich einfach mal so diesen Look hier habe. Deshalb lege ich es dir einfach zu Herzen, wenn du wirklich das Maximum aus dir rausholen möchtest. Dann sollte die Körperstruktur auf jeden Fall auch passen und mein größter Tipp ist einfach Workout. Ansonsten, das war es, ja. Das sind so meine Tipps, damit du so fresh wie möglich aussiehst, damit du einfach das Beste aus dir rausholen konntest. Und wenn dir das Video gefallen hat, ja, wenn dir die Tipps so gefallen haben, dann abonniere doch diesen Kanal, Daumen nach oben, teile es mit deinen Freunden. Und lass mich auf jeden Fall wissen, ob du diese Tipps und Tricks mal so kanntest, beziehungsweise ob du sie mal so angewendet hast. Ansonsten, ey, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, passe sehr gut auf dich auch, bleib gesund und ja, bis bald.